Computer-Logbuchketten Machen Sie es so! Volle Kraft auf die Triebwerke! Feind angegriffen! Station wird angegriffen! Steuermann wenden! Statusbericht! Statusbericht! Machen Sie es so! In Bereitschaft! Wir erwarten Ihre Befehle! Nur in Bereitschaft! Enterprise, hier ist Sternenbasis 176. Gerade noch rechtzeitig. Eine massive Flotte der Borg hat sich durch den Sektor bewegt. Wir haben versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben uns überwältigt. Wir haben viele unserer Schiffe verloren und einige sind noch immer verschollen. Wir erhalten von unserer Flotte Notsignale und Berichte über schwere Schäden. Unsere Schiffswerft wurde getroffen. Wir arbeiten daran, sie wieder einsatzbereit zu machen. Langstrecken-Sensoren zeigen weitere nicht-identifizierte Schiffe an, die in den Bereich eintreten. Die Borg werden unsere beschädigten Schiffe problemlos vereinnahmen, wenn es uns nicht gelingt, sie neu zu besetzen und zu reparieren. Sternenbasis 176, Ende! Kehre zur Basis zurück! Steuermann wenden! Crew in Bereitschaft! Station wird angegriffen! Feind angegriffen! Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation! Alle Crewmitglieder bereithalten! Kehren zur Basis zurück! Alle Crewmitglieder bereithalten! Finden Sie die nächste Werft! Volle Kraft auf die Triebwerke! Kehren zur Basis zurück! Wir erwarten Ihre Befehle! Crew in Bereitschaft! Wir erwarten Ihre Befehle! Wir erwarten Ihre Befehle! Crew in Bereitschaft! Wir erwarten Ihre Befehle! Steuermann, finden Sie die nächste Reparaturstation! Alle Crewmitglieder bereithalten! Kehren zur Basis zurück! Stationsbau abgeschlossen! Station wird angegriffen! Bestätigt, Sternenflotte! Stationsbau begonnen! Alle Crewmitglieder bereithalten! Feind angegriffen! Kehren zur Basis zurück! Auf Gefächtstation! Die Montage beginnt! Die Montage beginnt! Schiffsbau begonnen! Schiffsbau abgeschlossen! Die Montage beginnt! Station wird angegriffen! Schiffsbau abgeschlossen! Geben Koordinaten ein! Neuer Kurs! Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten! Folgen Ihnen! Folgen Ihnen! Feind angegriffen! Stationsbau abgeschlossen! Bestätigt, Sternenflotte! Stationsbau abgeschlossen! Das ist ein logischer Befehl! Station wird angegriffen! Das ist ein logischer Befehl! Beginnen Sie mit einem Sensoren-Scan! Alle Stationen, Bericht! Neuer Kurs! Mesterlofond! Schleiten Sie die Hilfsenergie in die Waffensysteme um! Alle Stationen, Bericht! Statusbericht Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen! Alle Stationen, Bericht, neuer Kurs! Sagen Sie mir, wohin ich soll! Bereiten Sie den Andock-Bereich vor! Feind angegriffen! Bestätigt, Sternenflotte! Beginnen Sie mit einem Sensoren-Scan! Setzen Sie einen neuen Kurs! Statusbericht! Zeigen Sie mir die Sternen-Kartografie! Alle Stationen, Bericht! Setzen Sie Kurs! Stationsbau abgeschlossen! Fordere zusätzliches Personal an! Ein kluger Plan! Station wird angegriffen! Schiffsbau begonnen! Schiffsbau abgeschlossen! Bereiten Sie den Andock-Bereich vor! Die Montage beginnt! Fordere zusätzliches Personal an! Ein kluger Plan! Kursänderung! Folgen Ihnen! Zu wenig Delizium! Feind angegriffen! Mach ich! Beginnen Sie mit einem Sensoren-Scan! Stationsbau abgeschlossen! Stationsbau abgeschlossen! Station wird angegriffen! Stationsbau abgeschlossen! Zu wenig Coop! Schiffsbau! Schiffsbau begonnen! Bestätigt, Sternenflotte! Zeigen Sie mir die Sternen-Kartografie! Kursänderung! Kursänderung! Fordere zusätzliches Personal an! Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten! Die Montage beginnt! Alle Stationen berichten! Setzen Sie einen neuen Kurs! Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um! Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten! Stationsbau abgeschlossen! Ausführung nicht möglich! Kolonisation gestartet! Alle Arbeitscrews auf Ihrer Posten! Bestätigt! Bestätigt, Sternenflotte! Voller Stopp! Ein kluger Plan! Alle Stationen berichten! Bestätigt! Zu wenig Metall! Kolonisation erfolgreich! Überlebende an Bord der Sternenbasis 176 berichten, dass die USS Douglas ein Schiff der Migula Klasse von den Bord assimiliert worden ist und sie nicht stellen. Die Befehle der Sternenflotte lauten, die Daten ist zu trafen, bevor sie das System auslöst. Die US-A-S-R-S-Konditionen der Stücke, wo man das versetzt muss, und die Einmisse erkundet, und das Schiff ist verwandt. Offenbar wird es etwas Lust auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Nächster Laufzeit, treffen Sie mich im Besprechungsraum, sobald die Daten des ängelnden Schiffes verfügbar sind.